ich glaube bei diesem video sind die verliebt und die haben gerade ihre hochzeit sie wälzen sich in diesen dreck und die hupfen umeinander und wirken auf mich so richtig glücklich sie geht wieder hoch der putze ich noch ein bisschen raus für die hochzeit wahrscheinlich also kommt es mir vor es ist einfach nur zuckersüß die die andere gleich wieder kommen sie kommen dann wieder angeflattert also phänomene ich habe das noch nie gesehen bei krähen sie muss jetzt bei diesen zwei haben er kommt zu schiff wieder und ja sie machen sich hübsch ist es gerade die man sich hübsch jetzt geht er kurz weg jetzt geht es hier auch vielleicht kommen sie beide noch mal zurück ich hoffe sie glaubt glaube ich da hinten ok jetzt ist wahrscheinlich sie ist da oben jetzt kommt jetzt kommt sie wieder die kleine ich glaube die haben irgendwie ihr nester hinten die machen glaube ich hochzeit ich habe das noch nie bei krähen haben gesehen die putzen sich so raus und ich glaube die haben sich gratuliert und die werden rest des leben zusammen bleiben ja das ist seltenheit man sieht es nicht so also drogen haben sie nicht gelungen also ich denke dass sie eher glücklich sind er putzt sich halt noch ein bisschen raus er müsste gleich auch kommen es ist jetzt hier ja gehege oder so er ist jetzt irgendwie weg jetzt ist gerade nur sie da er müsste eigentlich gleich kommen setzte sich wieder hin faszinierend wunderschön echt süß wirklich süß jetzt muss eigentlich hier ihr neue gemälde kommen sie geht noch mal da zu diesem schlupf da rein muss eigentlich er komme ich habe er sitzt typisch man und naja ich hoffe es hat euch spaß gemacht ich weiß es hat mir so gut aufgefallen es hat spaß gemacht ok haut rein king of hardcore